Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Game. Ja, steht hier. Dieses Spiel heißt New Game. Das ist die Episode 2, 3 und dann ist vorbei. Nein, das Spiel nennt sich Left Alone. Das ist komplett in Englisch. Ist genau das Richtige für mich. Ich hab das aber in meinem Account. Also bitteschön. Keine Ahnung, wie das da hinkommt. Aber ich will ja wenigstens mal reingucken. Jetzt ist es also erst mal ein kleiner Test, würde ich sagen. Ansonsten, wenn ich nicht klarkomme, muss ich mir dann halt mal Unterstützung suchen. Das ist schon ein bisschen älter. Ich glaube von 2016. Ja. Und den Rest weiß ich nicht. Ja, ich starte ein neues Spiel. Ja, ja, ja. Espress. Ich bin Joel Dent. Ich bin von der Armee. und war zwölf Jahre im Einsatz und jetzt reicht's mir aber. Ach, das ist die Tastatur. Ist ja hübsch. Rechtsklick ist Zoom. Flashlight on F. On off. B. Check. Nummer auf Brace. Q. Oh. Advanced Movement. Shift Sprint. Space Jump. Aha. Interaktion ist auf E. Gott sei Dank. Also, das Flashlight. Das Flashlight ist nicht unendlich. Was, wenn, was, wenn, was ist ein Lay broken? Was tue ich mir hier an? Kann mein Telefon nicht klingeln? Dann kann ich eine Pause machen. Ich habe jetzt schon Angst. Was? Das, das analysiert meine Stimme? Nein, 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 nein. Ein Wald. Ein freundlicher Wald. Ich will nicht. Lass mich. Lass mich gehen. Oh. Was ich auch. Ich habe keine Füße. Oh, ich habe gehüpft. Oh. Hey, Joel. Ich habe ein Handy und das ist auf Englisch gestellt. Hey, das ist aber doof. Was? Wir wollen fischen gehen? Äh, der sagt immer Sohn. Oder sagt man auch so? Oder ist das der Papa? Ich weiß es nicht. So. Hier geht es aber nichts zu fischen. Sieht aber schön aus. Musik ist ein bisschen laut, aber es lässt sich leider nicht einstellen, ne? Wenn man in die Optionen geht, kann ich hier nur leiser machen. Ah, ich muss da oben. Ich habe es gewusst. Ich habe es gewusst. Bis gleich. Äh, ja, 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 ja. Da bin ich wieder. Das ist ein bisschen schnell, ne? Warte mal. Ich werde mal gucken. Optionen. Ob man die Maus-Controls... Äh. 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 Nö, kann man nicht. Achso, ich bin schon. Wenn ich jetzt hier rauf drücke... Ja, so geht's. So geht's. Ich kann ja... Man kann ja die Dings einstellen. Da hat man ja oft bei den Mäusen so eine Tasten. Für die Auflösung. Und dann wird die dann eben langsamer in der Reaktion. Und schneller. Also jetzt ist es schneller. Jetzt ist es ganz schnell. Waa. Geht aber noch was. Und das habe ich jetzt mal gemacht. So Gespräch beendet. Und wir gehen weiter in den Wald. Wie gesagt, 2016 ist schon ein bisschen älter. Ist komplett auf Englisch. Da hinten sehe ich was. Ein Häschen. Kann man das essen? Da ist was. Da ist ein Zeltlager. Ein Campinglager ist da. Geht aber ziemlich zügig, ne? Das ist Laufen. Das ist wenigstens mal Laufen. Hä? Was ist das? Das ist ja seltsam. Leiter für Weed and Matches. Also Streichhölzer. Achso, mit E nimmt man das ja. So. Ich kann hier nichts machen. Ist hier noch was anderes Rotes. Geht auch nicht. Habe ich hier ein Inventar? Nee. Ich habe die Sachen aufgenommen. Das muss ein Fehler sein. Das ist aber eine Thermoskanne, ne? Ich gehe einfach mal weiter. Tschüss. Warum legt man hier Bäume? Äh, hier geht es nicht weiter. Warum legt man da Bäume hin? Ich soll bestimmt hier was machen. Ich soll bestimmt hier ein Feuer machen und bin zu dumm. Ich gucke nur, ob hier irgendwas geht. Das ist ja super. Allein dieses Lagerfeuer. Wie geht denn die, ist denn die Tastenbelegung? View, Phone, Batterie, Flashlight. Ja, Interact SE. Ich mache nichts verkehrt. Ich drücke E, Q, F, B. Habe ich noch gar nicht. Äh, wie war das jetzt mit dem Phone? Scheißendreck. Scheißendreck. Wie komme ich an mein Handy? P. Achso. Phone, 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 Phone. Äh. Da kann ich aber auch ganz viel machen. Ich kann nicht mal ein Foto machen. Ich kann noch rein und raus vergrößern. Drücke nochmal P, dann ist es wieder weg. Aha. Ihr hört es, ne? Ich versuche jetzt hier. Ich mache jetzt hier den Staubsauger, aber ich kann hier nichts finden. Guck, dann erscheint das. Hm. Achso, ich verstehe. Ich muss Hölzer sammeln. Ah. Sind noch... Geht es jetzt vielleicht? Nein, reicht noch nicht. Hier ist noch ein Holz. Und da? Da ist auch noch... Da ist auch noch eins. Krieg ich irgendwann gesagt, dass ich genug habe? Nein. Ich habe noch nicht genug. Hier ist noch eins. Und da... Und da auch. Wurde zehn von zehn. Jetzt habe ich genug. Hm. Was fehlt denn noch? Steine, Steine, Steine. Steine? Da sind Steine. Hä? Da sind auch Steine. Ja, die kann ich tatsächlich einsammeln. Supps. Supps. Die kann ich nicht sammeln. Die sind zu fett. Steine. Auch zu fett. Reicht noch nicht. Ich brauche noch Stein. Du bist aber dunkel. Dunkelstein. Stein. Ich glaube, ich habe immer noch nicht genug Stein. Nein. Wir gucken mal in der Botanik. Oh, hier kann man ja richtig... weit laufen. Ah, hier, da ist es ja... Ich nehme zurück. Überhaupt das Gegenteil. Da sind noch mal Stein. Aber die werden nicht gehen, ne? Ich habe Stein. 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 Holz. Holz. Stein. Holz. Mach mich stolz. Ich sammle alles, was ich sammeln kann. Ach, Rox. Ich habe Röcke. Ah, 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 ah. Ah, ich habe ein Pferd gemacht. Oh, Entschuldigung. Kann ich den hinstellen? Kann ich mich jetzt hier hinsetzen? Und nun? Ach so. Ich soll set up, trend, have a drink, Wasser, Wasser. Ich soll Wasser trinken. Wasser soll ich trinken. Wo kann ich denn hier Wasser trinken? P? Ich soll, ich soll mir... Ah, äh... Wo kommt denn das her? Kommt hier noch mehr? Hä? 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 Oh, das Wasser war gut. Ich habe doch da ein Zelt gebaut. Herrgott. Dann trinke ich jetzt auch was. Ob ich denn auch rumfall? Zwei Stunden später. Ah, es ist dunkel. Joel, help uns. Was, was? I don't think we alone in here. Just now. Was tust du? Was? Help uns. Raus, Mann. Hä? Hä? Ah, da ist die Lampe. Batterien. Nichts gefunden. Hier ist noch eine Tasche. Hier. Nichts gefunden. Oh. Aha. Aber warum soll ich eigentlich gehen? Das ist doch schön hier. F. 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 Ich muss sparen! Kann man Gamma einstellen? Wartet mal. Option. Grafik. Breitnis. Shadow Distanz. Hä? Geht das? Ach, keine Ahnung. Da ist was. Da ist Licht. Was ist das? Fragezeichen. Die Straße wird schmaler. Hier ist ein Bus. Was ist das hier? Hier ist ja Licht, aber... Batterien. Ein fetter Bus. Hier ist ein Zaun. Der ist hier... Der ist hier... Der ist hier... Sind wir hier? Wo soll ich da hin? Die Karte ist ja mal scheiße. Das Handy ist auch alle. Das holt er gar nicht mehr raus. Warum liegen hier so viele Dinge? Ich kann hier gar nicht durch, ne? Der Bus ist hier gegen gefahren und dann war es das. Die sind aber Laternen. Das ist hier so ein bisschen wie Ellenweg. Da kommt ja jetzt ein Remaster draus. Ich geh mal da lang, wo die... Dahin, wo Licht ist. Äh. Toll. Was ist hier mit den Bussen? Warum? Ich geh ins Wasser. Keine Angst, das ist draußen, falls man was gehört hat. Hier geht's noch weiter. Hier ist ein Haus. Oh, Blut. Cool. Da ist ein Zettel. Mit Text, den ich da nicht lesen kann. Die Axt, nimm die Axt! So ein bedrohliches Grummeln. Ah, ich häng an der Axt. Door locket. Da ist doch ne Axt. Ich hab ein Brett. Hier ist noch ein Brett. Ich hab zwei Brett. Wie viel Brett brauch ich denn? Da ist noch ein Brett. Ich hab da drei Brett. Ist denn hier auch noch ein Pit? Höhöhöhöhö. Ein Brett-Pit? Ach, hier ist ja noch ein Brett. Ne, hier ist kein Brett. Hier ist auch zu. Ich brauch noch Brett. Leider. Kein Brett. Axt. Ja. Wie soll ich denn jetzt hier Brett finden? Hier ist kein Brett mehr. Was soll ich denn mit diesem Brett machen? Kann ich da irgendwas mit veranstalten? Vielleicht brauche ich die Bretter auch woanders. Hier raufhüpfen. Oh, geht, 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 geht. Oh, toll. Oh, ich hab keine Hände. Das Spiel ist vorbei. Ich hänge fest. Ist hier irgendwo noch ein Brett? Weiß ja nicht, wie viel ich davon brauche. Hier ist wie der Zaun. Ah. Dafür. Warum sind denn die Sterne so gelb? Alles maßen. Wie viel haben wir eigentlich? Aber ein bisschen kann ich noch. Na ja. Na ja. Ha, ha. Du bist aber eine hässliche Lampe. Aber in Minecraft wärst du gut. Anti-Alias könnten wir noch einschalten. Ich will mal... So. Anti-Alias 0. 0. Äh. Decrease, increase. Ach so. Hier kann ich nur. Alles klar. Das kann ich nicht einstellen. Nein. Das ging auch. Da ist was Rotes. Rot ist... Rot ist immer gut, ne? Rot ist gut. Achtung. Please keep out. Please keep out. Officiell. What? What? Official? Ach, leck mich doch. Ich lese das nicht. Ich kann es sowieso nicht lesen. Ne? Ne? Hier ist was... Da. Needs Power. Keine Power. Da ist ein Zettel. Maximum 10 Meilen pro Stunde. Ich will da aber jetzt rein. Ach, hier ist was. Da ist auch nichts Power. Ich brauche Power. Auf die Dauer hilft nur Power. Sheriff Banner. Oder Banner. Banner. Dieser Penner. Ich will hier rein. Das geht nicht. Ich muss hier irgendwie einen Weg finden. Aber hier kann ich nichts machen. Hier auch nicht. Es scheint mir irgendwas zu fehlen. Ach, vielleicht kann ich mal von der Seite gucken. Vielleicht sind da noch Batterien. Eine Map. Ein Buch. Batterien. Nichts gefunden. Ich habe eine Map. Wie geht die auf M? Wie kann man die Map aufrufen? Hör mich rein. Mount High Boarding Schule. Das ist eine Schule. Ah, jetzt habe ich Batterien gewechselt. Ah. Rolltor 2. Warum ist das auf Deutsch? Von F12. Schrank D11. Das ist ja interessant. Das ist aber heller, ne? Ja. Das war dann wohl ein ganz kurzes Spiel. Ich kann noch mal in diese Richtung gehen. Wir sind ja hier irgendwo rüber gestolpert. Da kann man ja mal gucken. Dann hat hier was rumgeheult. Aber hier ist nichts weiter, ne? Ne. Ich stolper wieder zurück. Mal gucken, ob es noch eine Folge gibt. Keine Ahnung. Ist hier vielleicht irgendwo der Zaun kaputt? Nö. Ein Loch in der Wand? Nö. Nur keine Power. Was ist das hier? Flatterband? Das sehe ich ja jetzt erst. Und hier ist dann auch Ruhe. Ja, dann gucken wir mal in der nächsten Folge, wenn es eine gibt. Wenn es keine mehr gibt, dann habe ich nichts gefunden. So. Bis zum nächsten Mal vielleicht. Oder mit was anderem. Tschüss. Tschüss.